So Leute, der Shopper Klausitzchen, ganz genau, 8 Sekunden, lasst auf jeden Fall jetzt schon mal einen Like da und ein Abo da, falls ihr neu seid, würde mich mega, mega freuen und mal schauen, ob wir heute endlich mal wieder neue Skins reinbekommen werden. Oh, Sandsturm und Skimmital ist am Start und eine neue Lackierung, oh, wir haben auf jeden Fall ziemlich viele neue Sachen, ich würde sagen, wir fangen mal direkt mit der weiblichen Variante an. Sieht heftig aus, hat auch verschiedene Stile für 1200, völlig in Ordnung, völlig in Ordnung Leute, sieht ziemlich nice aus, gefällt mir auf jeden Fall, hier einmal mit Maske und hier einmal ohne Maske. Ja, völlig in Ordnung, was gibt es hier noch so? Männliche Variante, okay, sieht auch fresh aus, hat auch verschiedene Stile, wahrscheinlich das gleiche Spiel, einmal mit Maske und einmal ohne. Ja, ich finde sogar mit Maske besser. Dann haben wir hier auf jeden Fall die passende Lackierung dazu, ist die animiert? Ja, die ist auf jeden Fall animiert, okay, die sieht fresh aus. Passend zu den Skins, so hier in Goldschwarz, völlig in Ordnung, sieht ganz nice aus. Dann haben wir hier, was haben wir noch, passenden Gleiter vielleicht? Ah, okay, wir haben Kondensstreifen, schon lange keine Kondensstreifen mehr im Shop gesehen. Für 400 V-Bucks, ja, völlig in Ordnung, hier mit so einer Uhr, die tickt auf jeden Fall so, ja, sieht schon nice aus, gefällt mir auf jeden Fall. Gibt es dazu einen Gleiter? Ne. Dann haben wir hier Luftrettung als Gleiter, viel zu groß, viel zu laut und viel zu teuer. Ja, mag ich nicht. Dann haben wir hier 3 Stern, hat auf jeden Fall einen freshen Sound, gefällt mir auf jeden Fall, nice. Dann haben wir Dschungelspäherin, ziemlich fresher Skin für 800 V-Bucks, hier macht man auf jeden Fall nichts falsch. Dann haben wir hier Markimeisterin, da finde ich das Backpack mega nice für 1200. Ja, ziemlich fresher Skin, kann man sich auf jeden Fall holen, am großen Fuße auch ziemlich nice der Mode. Nice, und zu guter Letzt, Ruf zur Schlacht für 200 V-Bucks. Und dann würde ich sagen, das war es mit dem Shop-Video, haut rein, bis zum nächsten Mal Leute, ciao.